Eigentum, klasse, Herrschaft! Eigentum, klasse, Herrschaft! Eigentum, klasse, Herrschaft! In meinen kommunistischen Zeiten in Bulgarien wurde meine Familie immer wieder Korruption vorgeworfen. Mein Ockel ist ausgeflippt und hat ihnen eine Rohrfeige gegeben. Mein Vater hatte Angst, sie machen sie verletzen oder töten zu müssen. Meine Mutter fing an zu schreien, mein kleiner Bruder weiß. Ich protestierte dagegen. Ich wurde sofort in Gefängnis gegangen. Ordnung halten! Ich schließe den Hütten, kriegen den Vernessen! Ohne den Fürsten lebt es sich am besten! Kinder die hungern, Mütter die wein, Söhne die fallen, und Väter die schrei... Du bist der völlige Klasse Mensch, weil du keinen Nissen hast. Es wird nichts anderes beigetragen. Gemun lassen macht das Anwendermacht und das ist auch richtig so. Nichts begreifen! Die Henker und die Guillotine sind eure lebendig gewordenen Reden. 1.500 Tote, 1.500 Tote in drei Tagen. Sie sind die gesetzlichen Mörder, welche die gesetzlichen Räuber schützen. Wir dürfen sie nicht verstümmeln. Alle ihre Guile müssen mit hinunter. Ich habe es satt. Es wurde ein Fehler gemacht, als wir geboren wurden. Eigentum, klasse, Herrschaft. 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 Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Es ist Zeit aufzustehen, rauszugehen, deine Pfot zu heben, es wird den Kürzen aufzunehmen. Hoffnung, die ist nicht verloren, alles wird jetzt neu geboren. Es ist Zeit aufzustehen, rauszugehen, deine Pfot zu heben, gehen alle die Stimmen anzugehen. Hoffnung, die ist nicht verloren, alles wird jetzt neu geboren.